Und da sind wir wieder bei Bloodstained Curse of the Moon Wir haben jetzt hier anscheinend ein eine Tragödie vor uns Das sieht jetzt schon interessant aus vom Aufbau her Oh weia Was ist das denn? Was ist das für ein Gegner? Bleibt der jetzt hier die ganze Zeit? Tatsache, der bleibt die ganze Zeit Beinmal muss ich den treffen, ok So Ne, komm her Oh, das ist doch nervig Komm her, komm her Wenn ich wechsle, dann Nehmen wir den Moment, was ist das? So Das zählt ja eigentlich für alle, oder? Das irgendwie Das zählt für alle Dann mehr Angriffskraft Sagt, ich soll nach da oben lang gehen Dann gehen wir mal nach da oben Na komm Das war easy Verdammt So Und Genau, und dann gehen wir wieder nach oben Ähm Hätte ich halt mit ihr gern schon ein paar Herzchen gefunden Wow, wow, wow Weg mit dir Weg mit dir Ich brauche keine Tränke Ich brauche Energie Ah So Verdammt Na egal, ich brauche auch keine Energie Okay, es soll rechts Dank, sagt er mir Aber das ergibt noch gar keinen Sinn Ah Oh, verdammt Wie meint er das jetzt am besten? Ach, shit Oh, verdammt Moment, da geht es auch oben lang Ah, verdammt Ah, was mache ich denn? Er ist ja langsam beim Hochfliegen Genau Da komme ich nicht lang Da komme ich nämlich da runter Okay Dann war das auch geklärt Gehen wir nach rechts Und er sagt mir weiterhin Rechts lang Statt oben lang Aber oben lang Ist doch auch schön, oder nicht? Wieder eine schwere Entscheidung Okay W-P-F Aber sonst habt ihr sie noch alle, ne? Oh, toll Da käme ich jetzt mit dem Vampir ran Aber nicht mit ihr Die stirbt Der fällt runter Ach man, ich bin so doof Was passiert denn da? Ah, andersrum Oh, Leben Eigentlich sollte ich jetzt hier mal Leben sammeln Gibt's da nicht Viel zu wenig Leben habe ich Ich habe viel zu wenig Leben Du denn? Ach du Schande Was ist das denn für ein Bunny? Hüppelhäschen Was für ein Hüppelhäschen, ey Boah, nee Kommen sie schon mit Hasen an? Mit Playboy Bunnies War klar, dass ich da erwischt werde Ach, komm, nehmen wir Halt Ja, keine Energie Warum nicht? Ihr wollt mir keine Energie gönnen, ne? Oh, dann nehme ich doch lieber die Oh Oh, das ist Energie Ach, Mann Geil Oh, schön Hm Okay So Und weg mit dir So ein kleiner Drecksaktor Mann, Mann Oh Ah, ob das jetzt nicht ein Fehler war War fast ein Fehler Aber es hat noch gut funktioniert Muss nur bis zum Endboss kommen Oh, hier gibt's so viel Leben Cool Also irgendwas scheint hier gleich zu passieren Oh, oh Okay Ich hab den falschen Charakter Definitiv Oh, shit Ähm, ja Verdammt Wow, da kommt noch Regen dazu Okay, also jedenfalls wissen wir, dass wir jetzt hier starten Geil Geil Schön, dass du hier Oh, nein Oh, nein Er hat schon wieder die falsche Ja, gut Dann wird das jetzt halt wieder ein Tod Ich hab zum Glück unendlich leben Aber der Boss gefällt mir auch wieder Sehr gut Komm, beweg dich So So Ich bin tot, war klar Aber darauf wollte ich auch hinaus Mal davon abgesehen Ich wollte ja ein Continue haben Um wieder mit allen einsatzbereit Um wieder mit allen einsatzbereit ranzugehen So Dann nehmen wir sie erstmal Hier kann ich mich dann durchschlagen Alter, der hält ganz schön was aus Na komm Jetzt lass es doch mal Äh, nee Möchte ich nicht Möchte nur Angriffe nach oben Du musst halt dann auch rechtzeitig wechseln, ne Ich hab ja genügend Leben rein theoretisch Um das alles mal zu schaffen Okay Danke. Oh. So. There. Ah, komm. Okay, den nächsten wechseln. Haben wir es schon geschafft? Oh. Okay. Nice. Nice job, man. Nice job. Wir haben es mit allen überlebt. Und es geht weiter nach oben. Das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin neuer Traut rein. Tschö, tschö. Tschö. Tschö.